Wo ist eigentlich mein Haustier? Ah, schön. der Fenster kann ich auch vorne finden, dann tue ich das so gut. Hier, Fenster hin. Äh... Okay, den Ferse kann ich nicht drehen. Das Bett... ne, das Bett kann ich nicht bewegen. Okay, aber ich sollte mich ins Bett begeben. So. Oh, warte. Jawoll, es regnet und zwei Korbsen sind fertig. Ja. Das Ganze ist schön nass und ich werde mal wieder zwei davon herstellen. So. Und um neun Uhr pünktlich... ähm... Und das Speicher an der ganzen Englager-G. Auf neun Uhr wäre ich dann jetzt zum Job. Und hole noch weitere vier. Obwohl das jetzt ganz doof ist, weil... äh... jeweils ein... Es geht eine Saison immer einen Monat. Ach, benutze den Kalender. Bitte. So, wir haben den siebten Tag in Spring. Im ersten Jahr. Interessant. Ähm... Der 28. ist der letzte Tag. Gut, da haben wir ja noch... Äh... Gestern habe ich sie gepflanzt. Eins, zwei, drei, vier... Am zehnten kann ich ernten, wenn... der erste Tag des Pflanzes zählt und dann... gezählt wird. Sonst kann ich am neunten ernten. Aber ich denke mal, dass das dann ab dem nächsten Tag dann immer zählt. Würde jetzt so Sinn machen. Eins, zwei, drei, vier... Ja. Müssen auch wachsen, die Pflanzen. Also... Äh... Warum das Datum jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Es ist halt... Die Pflanzen sind halt reif, wenn sie reif sind. Vorher kann ich sie ja nicht ernten. Dann haben wir hier noch die Hütte. Was muss ich denn hier nochmal machen? It's locked. Ach, ich hab die Hütte noch gar nicht. Ach, jetzt bin ich total verwirrt. Ja, das war bei einem anderen Spielstand noch. Also... Ich bin so weit gekommen, dass ich... Äh... Ja... Keine Ahnung. Ähm... Daran kann ich mich etwas noch erinnern. Äh... Wie lange? So... Hallo. Ach ja, das ist sehr shame this. Oh... Oh... 12 zu 12. Okay, hier kann man die Nacht nackt verbringen. Wenn man möchte. Und... Lockt... Neu... Äh... Neun Uhr bis acht Uhr abends. Wie ist das im Laden? Geht's drinnen. Kaputte Gläser. Kannste gleich wieder reinstellen. Kannste gleich wieder wegpassen. Neun Uhr. Auf in den Laden. Isaya. So... Was haben wir denn da? Was hab ich denn da aufgefauft? Da. Doch. 200. Ich hab... Ich hab sehr viel Post drin. Äh... Fermented Nickel. Many Cooking. Ah... Für... Fruchtverceptor. Dann hab ich hier Wallpaper. Cherry-Sapting. Orange-Sapting. Ich glaub das war aber die falsche Saison. Äh... Summer. We haben Spring. Wow, das ist aber ganz schön teuer. Alles klar. Wollen wir mal zurück zur Farm. Und die Dinger noch einklappen. Die ich dann am 11. Denk ich mal. Am 11. Diesen Monat... Ernten kann. So. Die sind wirklich ja nichts. Jetzt... Macht ja alles das Wetter. Ja, und das perfekte Zeit jetzt, äh... Noch ein bisschen... Alles kleinzacken. Florenergie hab ich ja. Bisschen Zeul. Bisschen Holz sammeln. Bisschen Stein. Bisschen Fiber. So. 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 Das war's für heute. 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 So. Können wir mal einen Snack spreieren. Ganz ohne Schokolade. Das war's für heute. 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 Okay. So weitergucken. Und Sam ist. Okay. Da. Und die haben aber auch schon kennengelernt. Das ist schon. Jodi. Genau. Jodi. Doch hier jemand. Und... Oh. Ist das Caroline? Kennen wir die schon? Caroline? Bist du das? Oh. 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 Das ist wahrscheinlich... Oh, wie heiß. Ähm. Abigail. Genau. Abigail. Das war Abigail. Der Shop-Tipp bei den Quämmer natürlich. Ich bin so gut mit Namen. Nicht. So. Die Familie kennen wir schon. George. Äh. Wie heißt sie nochmal? War das zwar. Evelyn. Na genau. Die kennen wir auch schon. Aber auch schon wieder den Namen vergessen. Wahrscheinlich dein Ingriffreiter Typ. Und wer ist das? Das bestimmt Shane. Jane. Ja. Der... Miesepeter. Der Miesepeter. Jane der Miesepeter. Ne. Clint. Clint is... Ne. Äh. So. Clint. Genau. In die Minen. Aber da kann ich noch nicht sein. Ich kann mir auch den Namen als ALS kennengelernt. Ja. 8 Uhr abends. Was macht man da? Als Farmer. Man geht ins Bett. Und ruht sich aus. Und hofft, dass der nächste Tag schön wird. Oder auch regnerisch, damit man die Wälder nicht gehen muss. So. Aber das war's jetzt auch schon wieder mit der Aufnahme. Mit dieser Aufnahme. Und äh. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Und. Ja. Viel Spaß.